E-Petition Keine ausländischen Militäreinrichtungen in Deutschland Mitzeichnung bis 28. Dezember möglich Während sich nach dem Ende des Kalten Krieges der Warschauer Pakt auflöste und alle sowjetischen Soldaten bis 1994 die neuen Bundesländer verließen, herrschte im Westen der Bundesrepublik praktisch der alte Besatzungszustand der Nachkriegszeit vor. Im Jahre 2009 befanden sich in Deutschland immer noch 91.000 alliierte Besatzungssoldaten. Davon stellten allein die USA 66 Soldaten. Der Rest verteilte sich auf die Länder Großbritannien, Frankreich sowie Niederlande und Belgien, nach der Zahl ihrer im Land befindlichen Soldaten geordnet. Eine Petition an den Bundestag möchte nun den Abzug ausländischer Streitkräfte aus Deutschland erreichen. Als Vorbild für die Petition dient ein Artikel der neuen Verfassung Äquadors, die 2008 vom Volk mit 63,9% beschlossen wurde. Dort heißt es, Ecuador ist ein Land des Friedens. Weder militärische Stützpunkte fremder Staaten noch ausländische Einrichtungen zu militärischen Zwecken werden erlaubt. Es ist verboten, nationale militärische Stützpunkte an ausländische Streit- oder Sicherheitskräfte zu überlassen. Diesen Text, natürlich abgewandelt auf Deutschland, wollen die Unterzeichner als neuen Artikel 20b in das Grundgesetz aufnehmen. Als Begründung heißt es in der Petition unter anderem, Insbesondere in Lateinamerika formiere sich derzeit heftiger Protest gegen die auch dort massive militärische Präsenz der USA. Nicht nur die Präsidenten der Mitgliedsstaaten der Union südamerikanischer Nationen, UN, AS, UR, kritisieren die nordamerikanischen Militärbasen und die Imperialpolitik der Vereinigten Staaten, sondern auch Bürgerbewegungen demonstrieren auf vielfältige Weise gegen die dort sogenannte Yankee- oder Gringo-Stützpunkte. Zudem wird in der Petitionsbegründung kritisiert, dass sich das Regionalkommando der US-Army für Afrika ausgerechnet in Stuttgart befindet. Offenbar, weil kein afrikanischer Staat bereit war, der neokolonialen Militarisierung der US-Afrika-Politik einen Stützpunkt im eigenen Land zur Verfügung zu stellen. Neben den in der Petition angeführten Begründungen gibt es jedoch noch viele weitere gute Gründe, den Aufruf zu unterstützen. So nutzen die USA ihre Stützpunkte in Deutschland beispielsweise nicht nur intensiv zur logistischen Unterstützung ihrer Kriege, etwa im Irak, sondern auch für diverse illegale Geheimdienstoperationen. Stichwort Geheimgefängnisse. Während Gegner des Abzuges fremder Streitkräfte gerne argumentieren, die ausländischen Soldaten würden hierzulände zumindest Arbeitsplätze schaffen und Steuern zahlen, ist im Grundgesetz unter Artikel 120 klar festgeschrieben, dass die Bundesrepublik für die Besatzungskosten alliierter Truppen selbst aufzukommen hat. Die Summe beläuft sich nach offiziellen Angaben im Bereich von über 100 Millionen Euro. Und das jedes Jahr. Wobei dies nur die Kosten sind, die direkt als solche verbucht werden. Versteckte Posten dürften im Bundeshaushalt ebenfalls zu finden sein. Zudem sind hierzulande stationierte NATO-Angehörige von Einkommens- und Verbrauchsteuern befreit. Und nicht zuletzt lagert in Deutschland trotz Atomausstieg noch immer ganz unbehelligt eine zweistellige Zahl von US-Atomwaffen. Nach über 60 Jahren dürfte es an der Zeit sein, die ausländischen Militärbasen in der BRD zu schließen und die Besatzungszeit enden zu lassen. Die Petition kann noch bis zum 28. Dezember mitgezeichnet werden. Mitgezeichnet werden. Mitgezeichnet werden. Mitgezeichnet werden. Mitgezeichnet werden.